die kuscheletten mich jetzt umzingelt ja überall ist eine kuschelette kann ich ja gar nicht anders als krabbeln mit dem kreise krabbeln jetzt muss ich mich aber sehr verbiegen kannst du hier auch noch nach vorne kommen vielleicht hier wäre noch unter einem knie wäre noch platz nee du bleibst da hinten knutschbär so wie eine knutschbär so was macht denn der Rest der Gän da ist was da kommt was angetrabt da raschelt jemand na Juni Mausebein guck mal ja genau Juni hat da noch ein bisschen weiter gegraben so ist prima sehr schön bieb 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 so 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 so